Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, aber warte. Bevor wir zu Dutch gehen, gehen wir fischen. Willst du mit uns mit uns? Nein, ich kann nicht mit uns mit uns. Du bist sehr gut. Oh, komm mal, komm mal. Hey, mit uns mit uns. Ich zeige dir ein paar meine Tricks. Es gibt einen Ort, nicht zu weit von hier, und ich wollte es versuchen. Ich bin froh, dass du so entschuldigt hast. Du werden auch, wenn du dich ausfüllen kannst. Komm mal, die Fische müssen sie essen für das Essen. Ich dachte, du sagst, es war nicht weit. Es ist zu weit, um zu gehen. Ja, komm mal. Ja, wir werden nicht mehr sehen. Es ist ein paar Jahre, seitdem wir ausfüllen, nur du und ich. Wahrscheinlich seitdem wir nach Jonnen auf der Bühne. Oh, ja. Es sieht schon lange aus. Wie fühlst du mit allem? Es war ein paar Jahre lang. Hey, du wißt du? Ich kann nicht mehr zurück nach meinem Land, weil der Preis in meinem Kopf so groß ist. Das? Das ist nichts genauer für mich. Und ich werde immer mit Dutch. Er sieht die Welt wie ich. Wenn wir kämpfen, wir kämpfen. Wenn wir kämpfen, wir kämpfen. Wenn wir kämpfen, wir kämpfen, wir kämpfen. Und Dutch, du... du fühlst, du fühlst, du fühlst, du fühlst, du fühlst, du fühlst. Du fühlst, du fühlst, du fühlst, du fühlst, du fühlst, du fühlst, du fühlst. Ich weiß das besser als die meisten. Ich glaube, dass viele Leute auf Dutch fokussieren, wenn sie sich selbst was sie besser haben. Vielleicht hast du recht. Wir fangen an hier an. Wir fangen an hier an. Der andere Tag, ich fuhr nach dem Lanahatchi und habe einen schönen Häuschen. Du meinst das Lanahatchi? Nein, 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 nein. Das Lanahatchi. Es läuft hier. Ja, aber es ist Lanahatchi. Warum ist alles in Englisch anders gesagt, als es geschrieben wird? Das macht uns schuldig? Oh, du fragst den falschen Mann. Hahaha. Okay, er ist hier nur auf der Helle. Woah. Was ist da? Können wir angehen? Da sollen wir was fangen? Really? Hey! What are you doing? Okay, come on. Let's go try our luck. Pretty country. Beautiful. Come on. Let's go see what's biting. Cool. Cool. Okay. Okay. I don't know anything. Sort of like staring at the sky. It's your bait, I think. Come use some of mine. No, it's not the bait. It's me. I've always been a poor fisherman. Especially compared with you and Jose. Just try something right here. Crickets. Thanks. Let's see. What's up? It's all right, yeah. He's a fighter. The trick is, let him tire himself out. I was thinking. You remember that stagecoach we held up in Nevada? Yeah. It was a tip from that crooked law man in Reno. We opened the door and it's full of women and children. Rich. For women and children. So we let it go. And read in the newspaper that the O'Driscolls robbed and killed them all the next day further down the trail. Yep. You know, way back in the day, O'Driscoll and Dutch were sort of friends. Friends? Well, not friends, but they had an understanding. Then Combs Main Street got meaner. Dutch... Dutch wanted to try to live a different way. And now, here we are. Endlich. Okay. Come. Come, 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 come. so klein ist er gar nichts über zweieinhalb Kilo richtig die wasserverwirbelungen vom fluss und da haben wir ihn und 2,5 den behalten wir auch offensichtlich doch das war definitiv was man mit genug geangelt mal sehen was Dutch zu sagen hat so Ehh, despacio! So, wir haben auch schon gut verbunden, hat aufgebaut mit unserem neuen Pferd. Gut. Ach ja, wir sollten hier noch ein paar Sachen abgeben. Bitte schön. Aber ich kann es doch sicher aus anfangen. Ja klar, einfach hinschmeißen. Das ist die Spirits. Dach. Ja, wir uns geht's Dach. Ha 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 ha. So, if it's not the morning, it's your November's fans. Oh yeah. Gehen wir her damit. Wenn jemand was geht. Hm. Waren wir noch was? Na nehmt die Pistolenmunition. Ja, und die auch noch, komm. Pfeile. Nehmen wir her damit. Gut. Charles? Wir haben was zu tun. Ja. 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 Schlange in Höhe, ok. Ich denke noch gar nichts dabei. Was, da sollen wir reinschauen oder wie? Wir wissen schon, dass hier nichts ist. Ich denke noch nicht, dass Trelawney in der Nähe ist. Nein? Normalerweise... Er bringt sich selbst in den besten Hotel in der Stadt. Du wißt du, als ich und Javier sind mit Trelawney in der Schoen... Ab... Barfighter? Ich versuchte, er sprach den ganzen Weg, und nie sagte wirklich nichts. Ich dachte, du wusste. Das ist seine besondere Stadt. Es könnte 20 mieter, wenn man weiß. Wir können ihn so weit, wenn wir brauchen. Oh, hier. Oh, hier. Ja. Ich bin noch nicht sicher. Hey, look. Wir schauen uns, was diese Leute haben zu sagen. Hey, guys. Ja? Wir sehen uns. Wir suchen unsere Freundin. Ich glaube nicht, er ist hier. Wir schauen uns, was wir haben. Ah, du hast du gesehen... ... ein... ...stranggeros oder feller? Sorta... ...formal? Strange... ...sure... ...formal? Ja. Ich benutze eine K. Es sieht so aus, wie dieser. Ja. All right, dich zwei. Wo ist er denn da? Wir müssen beide rauskommen! Komm her! Komm her! Du bleibst da! Du bleibst da! Tatsächlich! Du bleibst da! Du bleibst da! Du bleibst da! Okay! Okay! For Christ's sake! They took him to a cabin. Over by the cornfields. Which cornfields? Left! Down the path there by Braithwaite Manor. Let me see you again, you hear me? You got lucky there, my friend. Alles klar! Schau! 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 Yeah!